Heute haben wir einen Dreiteslamark in Tomigida MET hier im Klinikum eingebracht in dem neu erstellten Modulgebäude. Die Einbringung ist sehr gut verlaufen, es hat alles reibungslos funktioniert. Eine kleine Herausforderung heute tatsächlich war lediglich das Wetter, es ist ungemütlich kalt und es regnet. Das ist ein wenig unangenehm für die Mitarbeiter natürlich, aber das ist das Gleitsübel gewesen, ansonsten war es ein rundum gelungener Tag. Wir freuen uns, dass wir das Dreitesla MRT-Gerät jetzt in Braunschweig bei uns installieren konnten. Das war ein wichtiger und richtiger Schritt nach vorne zur besseren qualitativen Diagnostik und damit auch zur besseren Patientenversorgung. Das war möglich, weil wir eine hervorragende Technologiepartnerschaft mit der Firma Siemens haben. Das bietet uns die Vorteile natürlich im wirtschaftlichen Bereich, eine gute Planbarkeit für die Kosten bei einer gleichzeitigen Investitionssicherheit in diesen Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir eine Vereinheitlichung des Geräteparks und damit ist die Bedienphilosophie in diesen Bereichen einheitlich. Daraus resultiert eine höhere Anwendersicherheit, eine höhere Qualität und eine bessere Effizienzsteigerung. Wir haben gemeinsame, übergreifende Schulungs- und Reportingstrukturen. Zusammengefasst Technologiepartnerschaften mit guten, großen Industriepartnern sind für Kliniken wie von unserer Größe das zukünftige strategische Instrument, um im Sinne der hochqualitativen Patientenversorgung immer am Puls der Zeit zu sein. Das ist eine große Anwendersicherheit. Das ist eine große Anwendersicherheit. Das ist eine große Anwendersicherheit. Das ist eine große Anwendersicherheit.